wir haben einen kleinen besucher hier am frühstückstisch der name ist herr känguru der känguru ist sehr hungrig auf honigbrote im morse muss für den herren känguru die honigbrote immer wegnehmen und der kleine tim hat toll großen spaß mit dem känguru ist das dein neuer freund? der monsieur kängi? ja offensichtlich ja wir befinden uns hier in den grampians am bush camp guten appetit